Also haben sich euch Fragen gestellt jetzt durch das was ihr gehört habt, was bedeutet Errettung, was hat Jesus gemacht? Könnt ihr sehen, dass dieser Gedanke schon immer da war, dass da ein ärgerlicher, zorniger Gott ist, der irgendwie auf Rache aus ist? Das ist eine Idee, die in den meisten Kulturen verbreitet war. Und wir haben gezeigt, dass das der erste Versuch war von der Menschheit ihre Geschichte zu erklären. Aber dieser erste Versuch, die Geschichte zu erzählen, hatte sehr viele Falschinterpretationen zur Folge. Wie ist das verbunden mit dem Traum, der sich in Gottes Bewusstsein befindet, der Traum von Schönheit und von Bedeutung und Wert? Und die Träume Gottes, wie er Wert sieht und Dinge, die eine Bedeutung haben, die werden nur real für Gott in dieser Erde, in diesem Kosmos. Und könnt ihr sehen, dass als die Menschheit zuerst versucht hat, die Geschichte niederzuschreiben, sie dieses, die ganze, das was Gott ausdrücken wollte, das wurde so klein gemacht. Und Gottes Ziele und Werte waren in der ersten Geschichtserzählung nicht mit einbegriffen. So kommt Gott in diese Konversation hinein, auf eine viel tiefere Ebene. Ihm ist klar, dass er uns helfen muss, die Geschichte von innen heraus nochmal neu zu erzählen. Und da gibt es eine interessante Frage, das haben die ersten Theologen sich gestellt. Sie haben gefragt, ob die Menschheit darauf gewartet hat, dass Gott den Messias gesendet hat. Oder hat Gott auf einen Menschen gewartet, der bereit war, sein Messias zu werden? Wie auch immer du die Frage beantwortest, in Jesus sehen wir einen Menschen, der Ja zu Gott gesagt hat. Und in diesem Menschen hat Gott die Möglichkeit gefunden, die menschliche Geschichte nochmal neu zu erzählen. All diese Themen waren auch gegenwärtig zu der Zeit, als Jesus gelebt hat. Da gab es die Konflikte zwischen den Juden und den Römern. Da gab es auch diese Konflikte zwischen den Sadduziären und den Pharisäern, also der jüdischen Religion. und die Spannungen sind gestiegen und immer mehr gestiegen. Aber ich denke, wir spüren das auch heute in unserer Welt. Da gibt es sehr, sehr viele Spannungen und die werden immer schlimmer. Und Jesus inmitten dieser Situation macht sie sogar noch schlimmer. Und durch ihn werden die Spannungen sogar noch größer, weil manche sagen, er ist der Messias. Manche sagen, es ist nicht. Und Kaiphas hat letztendlich dann gesagt, wir müssen ihn loswerden. Und einige der Leiter in der Bewegung haben gesagt, wir können gegen ihn nichts ausrichten, weil die ganze Welt springt ihm nach. Und dann macht Kaiphas eine Aussage, die so perfektes Ausdruck drückt, um was es in dem Moment ging. Er sagt seinen Leitern, ihr versteht gar nichts. Er sagt, es ist besser, wenn eine Person für die ganze Nation stirbt, als dass die ganze Nation stirbt. Das ist diese Realität, die diese Mythen, von denen wir es heute Morgen hatten, versucht haben zu verbergen. Die Mythen haben immer gesagt, der Sündenbock, der war schuldig. Tatsächlich. Oder die Mythen haben erzählt, vielleicht hat sich dieser Sündenbock auch selber geopfert. Aber Kaiphas hat die Wahrheit offenbart. Es spielt eigentlich für uns keine Rolle, ob du, also Jesus, schuldig bist oder nicht. Das ist kein Grund für dein Opfer. Das ist kein Grund für dein Opfer. Und wir müssen zulassen, dass unsere Gemeinschaft sich verbündet in einer Feindseligkeit gegenüber dir. Und die ganzen kleinen Konflikte, all die kleinen Spannungen, die müssen sich verbinden, vereinen. Und die können sich nur dann vereinen, wenn die sich eins machen und einen einzigen Grund finden für ihre Probleme. Und obwohl die Juden die Römer gehasst haben und Pilatus hat auch die Juden gehasst, würden sie doch zu Freunden in ihrer Feindschaft gegenüber Jesus. Obwohl Herodes Pilatus gehasst hat und Pilatus hat Herodes gehasst, Es steht ganz klar in der Schrift drin, sie würden an diesem Tag zu Freunden, als sie sich vereint haben in ihrer Feindschaft gegenüber Jesus. Die Schrift, die gibt uns das Muster, wie unsere Zivilisation funktioniert. Unsere Zivilisation funktioniert nicht durch heroische Selbstopferhandlungen. Und unsere Zivilisation ist gegründet auf einer falschen Interpretation. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 23, Jesus hat gesagt, ich offenbare euch Dinge, die seit Anbeginn der Zeit verborgen gewesen sind. Und dann macht er eine erstaunliche Aussage. Und er sagt, dass das Ereignis eines Todes nicht einzigartig ist. Das ist eine Aussage, die du in deine Theologie einbauen musst. Wie kann man denn die Kreuzigung von Jesus verstehen, wenn es nicht ein einzigartiges Ereignis war? Aber Jesus hat gesagt, mein Tod ist nichts Neues. Weil durch die ganze Geschichte hindurch sind solche Dinge passiert. Ihr habt immer eure Propheten getötet. Ihr habt immer diese Südenböcke gefunden. Tatsächlich steht ihr auf den Gräbern der Propheten, die eure Väter getötet haben. Und ihr sagt immer, wenn wir am Leben gewesen wären damals, als unsere Väter gelebt haben, wir hätten das nicht getan. Das ist ungefähr, wenn wir am Leben gewesen wären zu den Tagen Jesu. Wir wären nicht Teil der Menschenmenge gewesen, die ihn gekreuzigt haben. Wären wir? Jesus spricht zu ihnen und sagt, das Ereignis ist nichts anderes, nichts Neues. Aber meine Interpretation des Ereignisses ist anders. Weil die Art und Weise, wie die Tode dieser Sündenböcke in den ganzen Jahren zuvor interpretiert wurden, war, dass der Sündenböcke schuldig war. Gott war gerecht und er verlangt eine Bestrafung. Und wir waren nur sein williges Instrument, um sein Gericht auszuüben. Aber Jesus nimmt uns zurück zu dem Ereignis, das das menschliche Bewusstsein geformt hat. Das Ereignis, durch das man Götter erfunden hat. Und Jesus gibt uns eine neue Interpretation. Und seine Interpretation ist folgende. Gott ist nicht derjenige, der deine Gewalt rechtfertigt. Gott ist derjenige, der deine Gewalt erleidet. Der Sündenböcke ist ohne Zweifel unschuldig. Der Sündenböcke ist unschuldig. Das ist eine ganz neue Idee. Die Tatsache, dass unsere Zivilisation jetzt überhaupt solche Opfer genau anschaut, ist, weil Jesus das neu gebracht hat und in unser Bewusstsein eingepflanzt. In den Tagen von Jesus gab es so ein unschuldiges Opfer gar nicht. Wenn du irgendwie gelitten hast, dann hast du es auch verdient. Erinnert euch, die Jünger haben einen Mann gesehen, der blind geboren wurde. Und dann haben sie gleich gefragt, wer hat denn gesündigt? Weil es war damals sehr klar, wenn du blind warst, dann hast du gesündigt. Das ist die Bestrafung für deine Sünde oder für die Sünde deiner Eltern. Denken wir heute auch so? Ich denke, zum großen Maß denken wir so nicht mehr. Wir denken, dass manche Menschen wirklich leiden, obwohl sie unschuldig sind. Und der Grund, warum wir jetzt so denken, ist, weil Jesus diesen Gedanken ins menschliche Bewusstsein eingepflanzt hat. Die, die leiden, sind nicht unbedingt schuldig. Das stellt uns vor ein Problem. Wenn Gott nicht die Ursache von Gewalt ist, und wenn das Opfer auch nicht schuldig ist, dann müssen wir als Gesellschaft die Verantwortung für unsere Gewalt übernehmen. Deswegen steht dieser Centurio zu den Füßen von Jesus und hat dieses Bekehrungserlebnis. Er hätte seine Gewalt gegenüber rechtfertigen können, indem er gesagt hat, er hat nur Befehle ausgeführt. Und er hätte seine eigenen Gefühle rechtfertigen können, indem er sagt, diese am Kreuz sind schuldig. Aber als er von Angesicht zu Angesicht sieht, dass sein Opfer unschuldig ist, da sagt er, wahrlich, wahrlich, das ist der Sohn Gottes. Und ein Teil davon, warum er so reagiert hat, war aus dem Grund, wie Jesus reagiert hat, der Gewalt, die ihm angetan wurde. Es gibt Geschichten von anderen Menschen, die gekreuzigt wurden. Und Opfer haben immer nach Rache ausgeschrien. Seit dem Blut Abel. Sie rufen nach Gerechtigkeit. Und es gibt Geschichten, wo Menschen gekreuzigt wurden und die haben ihren Mörterern zugerufen, oder die sie gequält haben, zugerufen, ihr geht in die Hölle. Aber in Jesus finden wir etwas ganz anderes. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Deswegen ist das Blut Jesu kraftvoll. Es ist nicht so eine magische, geistliche Kraft. Der Hebräer sagt uns, warum das Blut kraftvoll ist. Denn das Blut spricht von besseren Dingen als das Blut von Abel. Wie ist seine Aussage anders als die Aussage von dem Blut von Abel? Das Blut von jedem anderen Opfer hat ausgerufen nach Rache. Und das Blut von Jesus ruft aus um Vergebung. Die Botschaft des Bluts macht es so kraftvoll. Und die Auferstehung nimmt die Geschichte auf eine andere Ebene. Ein paar Wochen bevor Jesus gekreuzigt wurde, Er erzählt einer Gruppe von jüdischen Leitern eine Geschichte. Er sagt, ein Bauer hat seine Farm verwaltern gegeben, die sie verwalten sollten, während er weg war. Und er hat dann Diener geschickt, die praktisch die Pacht eintreiben sollten zur Zeit der Ernte. Aber die Verwalter der Farm haben dann gesagt, lass uns den Diener töten und dann können wir den Erlös behalten. Im nächsten Jahr ist dasselbe passiert. Und letztendlich sagt dann der Eigentümer, jetzt sende ich meinen eigenen Sohn, sicher werden sie auf ihn hören. Weil Gott wollte immer, dass die Menschheit seine Botschaft hört. Gott sagt nicht, ich sende meinen Sohn und sicher werden sie ihn töten. Sein Wunsch war, dass wir seine Botschaft hören würden. Aber sie haben den Sohn auch getötet. Drei Wochen später steht Petrus vor derselben Menschenmenge, die gerade Jesus gekreuzigt hatten. Er sagt zu den Leuten, dieser Jesus, den ihr ermordet habt, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das ist keine gute Botschaft. Wir töten unsere Opfer, weil wir wollen von ihnen nichts mehr hören. Wir töten unsere Opfer, weil Gott ist ja auf unserer Seite. Und sie sind ja schuldig. So ist keine gute Botschaft, wenn Gott unser Opfer von den Toten auferweckt hat. Und dann wird die Neuigkeit noch schlimmer. Und Gott hat ihm den höchsten Platz, den Richterstuhl gegeben. Wir wollen auch nicht, dass unser Opfer dann plötzlich unser Richter wird. Gib uns irgendeinen anderen Richter. Weil wir wollen uns nicht selbst sehen durch die Augen unseres Opfers. Aber das ist in Jesus passiert. Wir kommen von Angesicht zu Angesicht mit unserem Opfer. Aber anstelle von Rache bietet er uns Vergebung an. Eine ganz einfache Botschaft. Die Menschheit muss lernen, zu vergeben. Oder wir zerstören uns selbst. Eine ganz einfache Botschaft. Aber es ist wahr. Wir müssen lernen, zu vergeben, oder wir zerstören uns gegenseitig. Und Gott ruft nicht nur die, die jemanden zum Opfer gemacht haben, sondern auch die Opfer selbst zur Buße, zur Umkehr. Warum ruft er die Opfer zur Buße, zur Umkehr? Wir verstehen, dass er die, die jemanden zum Opfer gemacht haben, zur Umkehr ruft. Aber warum ruft er die Opfer auch dazu, dass sie ihr Denken ändern sollen? Sie sehen, beide Opfer und Opfer sind durch die Gewalt geformt worden. Und wenn ich diesen Zyklus von Täter und Opfer nicht durchbreche, dann tauschen sie einfach nur die Schuhe. Und Opfer werden zu Tätern. Wenn die Huguenotten Europa verlassen mussten und nach Südafrika gekommen sind, waren sie da Opfer. Sie waren in Europa unterdrückt wegen der Religion. Und dann kamen sie in Südafrika an und nach ein paar Jahrzehnten haben sie andere Menschen unterdrückt. Und nach Jahren von rassistischer Unterdrückung in Südafrika. Und vor über 30 Jahren, 1994. Also das Ende der Apartheid kam und jetzt wiederum haben sich die Rollen verändert. Und die, die damals unterdrückt worden sind, sind jetzt dabei zu versuchen, sich selbst wieder zu unterdrücken. Es ist nur die Botschaft von Christus, die uns den Weg zeigt aus diesem Teufelskreis. Und es ist so wichtig für unsere Welt heute. Also da gibt es dieses große Bild der Erlösung in Jesus Christus. Das ist eine Botschaft, die den ganzen Kosmos beeinflussen soll. Und in unserer evangelikalen Welt, da fokussieren wir uns meistens nur auf das individuelle Erlebnis. Das ist auch sehr wichtig. Und ich versuche euch einfach das globale Bild zu zeichnen. Das heißt dann nicht, dass man es nicht für sich persönlich auch anwenden kann. Und man kann es. Aber Gott ist gekommen auf einer größeren Ebene, um diese menschliche Geschichte neu zu erzählen. Was sind die Hauptfiguren, die er neu erzählt? Statt einem zornigen Gott haben wir diesen liebenden Gott. Und statt schuldigen Opfern haben wir unschuldige Opfer. Und statt einem Volk, das seine eigene Gewalt um die Gott zuschiebt, stehen wir da und haben jetzt keine Entschuldigung für Gewalt. Unsere Gewalt gehört uns. Nicht, wir können sie nicht Gott zuschieben. Das ist eine radikale Reformation unseres Denkens. Was bedeutet die Erlösung für dich persönlich? Ich denke unsere Frustrationen fangen an, wenn unser Verlangen nicht gestillt wird. Und es ist für uns ganz normal, dass wir als Individuum so handeln, wie was davor als Gruppe gewohnt war. Wir entwickeln unsere eigenen persönlichen Mythen. Wo meine Frustration nur da ist, weil du dich falsch verhalten hast. Uns ist dieser Prozess unbewusst. Und wir schaffen uns Sündenböcke, also unbewusst. Aber das Unbewusste kommt oft in unseren Geschichten raus, wenn wir die erzählen. Wenn wir uns selbst reden hören, dann wirst du feststellen, dass der Grund für deine Probleme in der Handlung aller Menschen liegt. Das sind unsere persönlichen Mythen. Jesus kommt, um etwas Gewaltiges in unserem Leben zu tun. Nummer eins, er gibt uns eine andere Quelle für unsere Verlangen. Anstelle, dass wir verwirrt sind darüber, was wir eigentlich wollen. Anstelle, dass wir verwirrt sind darüber, was wir eigentlich wollen. Anstelle, dass wir irgendwo anders unsere Erfüllung finden. Da lädt er uns ein zu dieser Gemeinschaft mit Gott, wo wir zufrieden leben können. Anstelle das jetzt nur theoretisch zu bringen, lasst mich euch ein Beispiel bringen. Im Johannes gibt es ein Kapitel, wo er uns praktisch einlädt, praktisch in das Denken von Jesus. Viele Texte sagen uns, was Jesus gesagt hat. Aber es gibt nur wenige Stellen, wo wir lesen können, was er gedacht hat. Das ist sehr viel intimer. Da steht, dass Jesus wusste, dass er vom Vater kam, ausging und zum Vater zurückkehren würde. Und dass der Vater in seine Hände alles gelegt hatte. Er ist ja entblößt worden, er war ja nur in Unterwäsche da am Kreuz. Damit er als wie ein Diener aussah. Also diese Stelle, wo er sich ausgezogen hat und wo er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Könnt ihr sehen, dass er das nur tun konnte, weil er sicher war in dem, wer er war? Im Philippenbrief steht auch eine schöne Stelle. Da steht, dass Jesus es nicht als Raub beachtet hat. Er hätte entscheiden können, im Himmel zu bleiben. Aber er hat sich entschieden, auf die Erde zu kommen. Er hat sich selbst ausgegossen. Das ist das totale Umkehrung von dem, was in 1. Mose 3 passiert ist. Die Geschichte in 1. Mose 3 geht um die Menschheit, die so ihrem Mangel bewusst war oder so einen Mangel hatte. Erinnert euch im Garten Eden, da war die Stimme, die gesagt hat, Gott will nicht, dass er von diesem Baum esst, diese Frucht, weil dann würdet ihr sehend werden. Oder wissen. Oder wissen. Und die Idee ist, du magst etwas. Und Gott hat natürlich die Fülle eines ganzen Wesens in sich. Und Gott möchte den Baum ganz für sich behalten. Er möchte nicht, dass du Anteil an seinem Wesen hast. Das gibt uns Insicht in psychologische Denkweisen von jedem Menschen. Das ist nicht nur Geschichte. Das ist nur eine simple Beobachtung, dass jedes menschliche Wesen, während es aufwächst, wird die Möglichkeit haben, einen Sinn von Mangel zu entwickeln. Jedes Kind und jeder Mensch, der aufwächst, kennt diesen Mangel oder dieses Gefühl, er hat Mangel. Und wenn wir diesen Mangel spüren, dann strecken wir uns aus nach jeder Frucht, die uns befriedigt oder zufrieden macht. Das ist diese Geschichte, die in Jesus neu erzählt worden ist. Und Jesus hat uns gezeigt, dass es eine Art und Weise gibt, wo wir zufrieden leben können. Und du musst eigentlich dir klar sein, dass Gott nichts Gutes vor dir zurückhält. Gott ist derjenige, der sich selbstbeständig hergibt. Und er legt alles in deine Hände. Und wenn das zu deinem Bewusstsein wird, dann wird es für dich auch selbstverständlich, dass du auch dich selbst hergeben kannst. Und das Leben, in dem du dich selbst hergeben kannst, ist ein Leben der Erlösung. Ein Leben, in dem du ständig hier und da nimmst, weil du denkst, du hast Mangel, ist ein Leben, das verloren ist. Es ist ein Leben, das nicht den Wert hat, das es haben könnte. Aber ein Leben, das anfängt in Dankbarkeit und endet im Geben, das hat Wert. Und das ist die Erlösung. Also, das ist nur kurz zusammengefasst, wie diese Geschichte ihren Höhepunkt findet in Jesus. Jetzt, da wir uns mit der Vergangenheit beschäftigt haben, da werden wir uns morgen mit der Zukunft beschäftigen. Was für Möglichkeiten eröffnet das? Ist diese Interpretation der Menschen in Geschichte und von Jesus anders, als wie du es bisher gehört hast? Kannst du den Wert darin erkennen? Auch wenn du vielleicht nicht alles sofort einordnen kannst, kannst du Punkte sehen, die vielleicht Potenzial haben? Ich verstehe eine Sache nicht. Jesus hat im Garten gebetet, dass als Jesus gebetet hat und seine Tränen waren wie Blut, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch einmal vorüber gehen. Aber nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille. Und als Judas sich entschlossen hat, Jesus den Pharisäern auszuliefern, und als Petrus auch versucht hat, Jesus zu beschützen und dem einen da das Ohr abgeschlagen hat, und er sagt, du das nicht, weil es geschieht, wie es geschehen muss. Und wenn wir im Grunde die Gewalttätigen sind, und ich glaube, dass das stimmt. In der Bibel sagt es auch, dass es ein reines Opfer muss, wie er sagt. Und meine Frage ist, wie kommt es zusammen? Und meine Frage ist, wie kommt es zusammen? Warum muss es geschehen? Warum hat Jesus gesagt, es muss geschehen? Aber auf der anderen Seite ist es ja wieder verkehrt, weil die Menschheit sich für die Gewalt entschlossen hat. Das ist eine ganz brillante Frage. Wir haben die Freiheit, unsere eigenen Geschichten zu schreiben. Und unsere Geschichten sind nicht nur Theorie. Unsere Geschichten werden zu den Wertmaßstäben, nach denen wir leben. Und sogar die Geschichten, die falsch interpretiert wurden, die werden Teil von unserer Realität. Wenn ein kleines Kind glaubt, da ist ein Monster unter seinem Bett. Obwohl wir wissen, dass da kein Monster lebt. Da ist das Erlebnis von dem Kind real. Und es kann sein, dass das Kind dann so ein psychisches Problem entwickelt. Und als die Menschen zuallererst ihre Geschichten aufgeschrieben haben, da wurden unsere falschen Interpretationen zu einem Teil unseres Selbst. Und unsere Furcht vor diesem bösen, gewalttätigen Gott wurde Teil unseres Fleisches. Um diese Geschichte zu überschreiben und uns neu zu programmieren, braucht es mehr als wie nur eine Geschichte zu erzählen. Gott musste uns zurücknehmen zu diesem Ereignis, was unser Bewusstsein geformt hat. Es reicht nicht, dass man dem Kind sagt, da ist kein Monster unter dem Bett, jetzt geh schlafen. Ich muss sagen, komm mit mir und dann kriechen wir unter das Bett zusammen. Und heute Nacht schlafen wir hier unten zusammen. Dass du sehen kannst, da bin nur ich. So denke ich, dass das Kreuz notwendig war. Nicht für Gott. Außer auf eine Weise. Gott möchte eine wiederhergestellte Beziehung mit uns. Und das bedeutet, unser Wertesystem und alles musste verändert werden. Und der einzige Weg, es wurde deutlicher und deutlicher, sogar für Jesus, er hatte gehofft, es gäbe vielleicht noch einen anderen Weg. Wer ist ein anderer Weg, wie wir die Menschen denn überzeugen können, dass Gott Liebe ist? Ist da ein anderer Kelch, den ich trinken könnte? Aber dann hat es ihm auch gedämmert. Die einzige Art und Weise, wie er uns Menschen von der Hölle und von der Qual erlösen kann, ist mit ihnen in die Hölle hinabzusteigen. Mit ihnen in die Qual hineinzugehen. Und mit ihnen das alles zu erleben. Also er ist nicht der Gott, der außerhalb steht und sagt, er muss einfach anders glauben, Mensch. Ich bin ein Gott, der dein Leben mit dir erlebt. Und wenn ich dich zu etwas Schönerem und Wertvollerem herausrufe, dann ist es nicht, weil ich das nicht verstehe. Ich kenne dich besser als du dich selbst. Du bist wertvoll und deinen Wert hast du selber noch gar nicht erkannt. Und trotz deinen Schmerzen, trotz deinen Qualen, dein Leiden, trotz dem, dass du Opfer bist, ich weiß, dass da Möglichkeiten vor dir liegen. Und diesem Tod folgt die Auferstehung. Die Hölle ist nicht das Ende deiner Geschichte. Sondern es ist der Anfang eines ganz neuen Kapitels. Das war sogar die Geschichte von Judas. Im Alten Testament gibt es ein schönes Bild. Wir haben immer die Ähnlichkeit gesehen zwischen Josef und seinen Brüdern. Und zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und Josef wurde verkauft durch einen Bruder. Auch um die gleiche Anzahl von Geld. Das waren auch solche Sierberlinge, wie Judas Jesus verkauft hat. Am Ende der Geschichte von Josef gibt es so ein schönes Bild. Wo sein Bruder am Schluss zu ihm in Ägypten kommt und sagt, ich habe gesündigt an dir und ich habe etwas falsch gemacht. Ich habe gesehen, wir haben dich geopfert, aber es war falsch. Und Josef umarmt ihn und vergibt ihn. Vielleicht war der Selbstmord von Judas auch nicht das Ende seiner Geschichte. Vielleicht hatte Judas auch noch die Möglichkeit, sich bei Jesus zu entschuldigen. Was denkst du, was er jetzt getan hat? Das ist ein sehr hoffnungsvolles Bild. Ich denke, er würde einen Kuss bekommen. Ja, ich liebe es. Einen anderen Gedanken oder Fragen? Weitere Fragen oder Gedanken? Ich denke, Jesus musste auch sterben, weil er eine Bedrohung war für die jüdischen Leiter. Er hat die Autoritäten in Angst und Schrecken versetzt. Und die hatten ja Angst, dass er einen Aufruhr auf die Beine stellt und dass sie dann in Schwierigkeiten mit den Römern kommen. Und er war auch, seit er Gott war, wenn sie ihn kennengelernt haben, die Pharisäer sahen, wie... Was ist das richtige Wort? Wie unholy sie waren? Sie konnten ihre eigenen Verkaufungen verstehen. Ja. Dass Jesus gegenüber, haben die Pharisäer auch ihr eigen... ja, ihr eigenes Sünd oder eigene Schuld gesehen oder ihr... Die waren auch nicht in der Lage, sich öffentlich zu entschuldigen oder einzugestehen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Also, sie hatten ja Angst, dass wenn sie Jesus nicht umbringen würden, dass die Menschen massen Jesus gefolgt wären. Also, ich denke, Jesus war so eine Provokation für die Autoritäten, dass sie ihn loswerden mussten. Und das ist jetzt einfach die Geschichte, die sich wiederholt hat durch die Jahrhunderte. Gott gebraucht diese Ebene der Geschichte. Ich denke, wenn Jesus gesagt hat, wie kann Satan selber Satan austreiben? Ich denke, er hat diesen Teufelskreis von Opfern und Täter klargemacht. Weil Satan heißt, ist er der Ankläger. Und der Ankläger bringt diese ganze Gemeinschaft in diesen Chaos-Zustand. Und es ist durcheinander. Jeder tut den anderen anklagen. Aber dann ist die gleiche Anklage, die das Chaos verursacht, auch das, was das Chaos dann löst. Indem alle Anklagen sich auf einen fixieren. Und in dem Sinn treibt wirklich Satan Satan aus. Weil diese eine Anklage vertreibt dann diese vielen Anklagen. Aber das ist immer eine Lösung, die nur kurzfristig hilft. Deswegen muss Jesus in der Situation sein, wie all die anderen Propheten. wo die Autoritäten dann entschlossen haben, okay, wir müssen loswerden. Weil es ist besser, wenn wir unsere Position behalten, als dass Jesus gelebt hätte. Und das zeigt nochmal, warum Jesus hat sterben müssen. Also eine erlösende Gewalt. Also die Art von Gewalt, die behauptet, sie sei zugunsten von vielen. Die soll heilig sein. Die Quelle des Lebens des Menschen an sich. Also daraus ernähren wir uns sozusagen. Always purpose to be the meaning of overcoming sin. Du kannst es besser sagen. Behauptet immer von sich, dass sie, dass diese erlösende Gewalt die Sünde überwindet. Klammer auf. Removing pollution, punishing the transgressor who has brought disaster on the community. Also sie bestraft denjenigen, der das Unheil über die Gemeinschaft gebracht hat. Die Verunreinigung. Ja, die Verunreinigung. Die Sünde, die es zu überkommen hat, ist das, was der Übeltäter an Böses getan hat. Worin sich der Sündenbock gegen die Gemeinschaft versündigt hat. Ja. The crime the victim has committed. Also der kriminelle Akt, den der Schuldige gegen die Gemeinschaft getan hat. Aber in der Leidensgeschichte Jesu. Wieso? The sin in view. The sin in view. Also die Sünde, die man dort sieht. Die Sünde, die man dort sieht. Is that of the persecutors. Ist die der Täter, die den Opfer nachstellen. Es ist nicht die Sünde des Einzelnen, der die vielen verunreinigt. Sondern die Sünde der Gemeinschaft gegen den Einen. In der Passionsgeschichte steht erlösende Gewalt. As itself the sin that needs to be overcome. Als stellt sich die erlösende Gewalt als die Sünde dar, die überkommen werden muss. Also erlösende Gewalt ist unser Problem, dass wir an erlösende Gewalt überhaupt glauben. Das Problem ist, dass wir glauben, dass Gewalt irgendeinen lösen Aspekt in sich beinhalten könnte. Es ist nicht der eine, der gegen viele gesündigt hat. Aber in Jesus we see the crowd. In Jesus sehen wir die Menschenmengen. Der Mob. Der Möb. 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 Und diese Denke war damals, dass Sünde etwas ist, was dich ausschließt, am gemeinschaftlichen Leben teilhaben zu können. Dieser Mann hat gesündigt und deswegen konnte er nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Und das hat ihn ausgeschlossen. Aber am Ende der Geschichte, sehen wir, dass Jesus die Sünde neu definiert. Und zwar Sünde lag darin, dass man ihn ausgeschlossen hat. Und er sagt den Pharisäern, dieser Mann hat nicht gesündigt. Aber eure Sünde bleibt, weil ihr Vater damit fort, dass ihr andere ausstoßt. Es ist eine Art Re-Definition. Wie mit Leprosy. Ja, mit Leprosy. Es war auch in Bezug auf Lepra ja so. Über die hat man ja komplett ausgestoßen. Ja, und the same with all the heretics. The real heresy is not that someone believes otherwise. Die richtige Heresie besteht nicht darin, Gotteslästerung, dass man irgendwas anderes glaubt. The heresy is that you exclude the one that believes different from you. So the crowd excluded the one that thinks different to me. Ja, die Menschenmenge stößt den aus, der anders denkt. Ja. I think, also maybe 20 Minuten ago or 30, I don't know, I have a thought or the remembrance of someone who was teaching in the Jewish culture to end, um ein Bund zu beenden. Das ging nur, also zum Beispiel ein Ehebündnis, das ging nur durch Tod. Ja, you could end a covenant only by the death of the covenant partner. Like a marriage. And Jesus was married to Israel, so he had to die, so that he was free for the others. That was what I teached. Also, 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 die folgende Lehre war die, dass Jesus war mit Israel verheiratet und nur durch sein Tod konnte er von diesem Bündnis befreit werden, um frei zu sein für uns. Also, I was questioning a bit what you were talking minutes ago, but right now, I think maybe there was a little revelation. Ja. Also, ich habe das, was er gesagt hat, an einem Punkt hinterfragt, weil ich mich daran erinnert hatte und dann habe ich eben vielleicht was geschenkt bekommen von Gott. Also, ich habe, ich habe, ich habe auf einmal, also, yeah, maybe I understood something in my heart. Mhm. I trust so. I think many of these ideas take a long time to find a space. Maybe I'm not ready. And the thought was, when he didn't walk that way, when he didn't go through this at all, the cross, the hell, everything. Also, wenn Jesus das nicht alles durchgemacht hätte, das, die Kreuz, Kreuz und die Hölle und alles. Then we wouldn't believe and understand the love the Father has for us. Dann hätten wir die Liebe vom Vater nicht verstehen können. We have to meet him there and experience that he would give his love, his heart. He made his heart on the cross. We wouldn't experience it, not in mind, in heart, in soul, in spirit. Then we wouldn't be able to believe it, I think. Wenn das Opfer nicht so groß gewesen wäre, dann hätten wir es wahrscheinlich gar nicht begriffen, wie sehr uns liebt, der Vater. Oh, es ist so. Yeah. Sorry. Ich denke auch, Menschen haben ja Jesus ans Kreuzchen. I also think that people put Jesus on the cross and nailed him on the cross. And God still forgave the people, although they have nailed him on the cross. And so this love of God is revealed. It is. It is. If he can forgive such a thing, wenn Gott so was Großes vergeben kann. Also wir können es nicht. No.